2023 wird eine Reform des Betreuungsrechts wirksam. Nun wird unter anderem vor der Betreuung festgelegt, in welchen Bereichen die betreute Person tatsächlich Hilfe braucht und die Betreuung soll sich stärker daran ausrichten, was die betreute Person will. Betreute Personen können selbst vor Gericht Erklärungen abgeben, Anträge stellen und gegen Gerichtsentscheidungen vorgehen. Für Berufsbetreuer ändert sich unter anderem, dass sie ab 2023 verpflichtend eine Berufshaftpflichtversicherung abschließen müssen. Wendet euch hierzu gern an uns. Wir haben noch weitere neue Regelungen und Änderungen für 2023 zusammengetragen. Hier findet ihr das komplette Video und hier findet ihr alle einzelnen Änderungen als Playlist. Hat euch das Video hier gefallen, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert unseren Kanal, wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt. Ansonsten tschüss und bis zum nächsten Video.